Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Samstag, 21.08.06 Uhr morgens. Herzlich willkommen Leute zum Ethereum und Allcoin Update. Wie immer, nehmt an dem Gewinnspiel teil Leute. Ich meine, da nehmen jetzt bis jetzt nur aktuell irgendwie 100 Leute teil. Kann ich nicht verstehen, weil so viel in Anführungsstrichen Abonnenten, wie wir in letzter Zeit dazu gewonnen haben, jeder kann ein bisschen Kohle verdienen. Und ganz besonderen Dank nochmal an die Leute, die sagen, Okay, falls ich gewinne, spende das bitte, eine super Sache von euch. So, ich bin richtig scheiße müde, ich will einfach nur noch wieder in mein Bett. Deswegen werde ich das heute relativ kurz halten, aber es gibt auch nicht viel zu sagen. Wenn wir hier näher rangehen bei Ethereum, halten wir hier diese Linie, wo ich gesagt habe, Okay, das ist unser Ausbruchspunkt, sobald wir hier drüber kommen. Ausbruch, Retest, über diese Linie, Long Einstieg, hochgezogen. Jetzt testen wir unseren Einstieg, hochgezogen, wir testen unseren Einstieg. Es sieht gar nicht so schlecht aus und wir bilden hier auch eine Bullenflagge. So, jetzt kann mir natürlich jemand sagen, okay, hey, pass auf, diese Bullenflagge, es ist ja egal, von wo wir es nehmen, nehmen wir es einfach nur mal von hier und setzen die dann theoretisch an unser Breakout an, nach oben oder nach unten. Nach unten würde das perfekt passen, dass wir diese Linie hier erneut anlaufen. Nach oben ist jetzt auch wieder eine sehr, sehr filigrane Erzeichnung. 3.430, müssen wir einfach mal abwarten. Sobald wir hier aus dieser entweder Bullenflagge oder aus dem Kanal, sage ich einfach mal, rausfallen, das könnte man natürlich auch theoretisch, sehr schön, Mario, das könnte man natürlich auch theoretisch als Kanal bezeichnen hier. Wenn ich sage, okay, wir sind hier nicht rübergekommen mit einer 1-Stunden-Kerze und wenn ich die grüne Linie verlängere, seht ihr das genauso. Wenn wir hier aus diesem Kanal ausbrechen, dann wird die kurzfristige Richtung erstmal klar sein, die langfristige Richtung ist auch klar und zwar hier, hallo Norden, solange wir nicht unter diese Linie hier fallen. Sieht alles hervorragend aus. Wir können auch hier runterkommen und dann so. Da muss man nicht in Panik verfallen, nur weil man dann vielleicht hier eingestiegen ist und wir sind hier im Minus, das kann sich dann auch wieder so entwickeln. Alles kein Problem, solange wir nicht diese Linie hier mit einer 8-Stunden-Kerze nach unten hin durchbrechen, sehe ich keine Probleme. Ja Mario, was ist denn mit der Linie hier? Die ist jetzt ein bisschen weiter unten. Genau, ich habe diese Linie ein bisschen weiter nach unten verschoben, weil ich nichtsdestotrotz Auflagepunkte habe. 1, 2, 3, dann mehrere Male nicht ganz nach unten gekommen, aber nicht schlimm. Und hier letzte Woche, oder eher gesagt diese Woche, ebenfalls zwei Auflagepunkte. Deswegen ist das jetzt hier unsere Last Line of Hope, die letzte Linie der Hoffnung. Wenn wir die nach unten hin durchbrechen, werden wir mit Sicherheit ein paar Prozent weiter runterfallen, aber davon sind wir ja zum Glück auch noch relativ weit entfernt. Das ist von diesem Punkt aus 7 Prozent. Also aktuell überhaupt gar kein Grund zur Sorge. Genau das, was ich gesagt habe, es wäre schön, wenn wir hier ein bisschen konsolidieren. Wenn wir ausbrechen, werden wir als nächstes die 3.350 ungefähr anlaufen. Und nein, wenn mich einer fragt, Mario, nimmst du hier Gewinne? Nein, tue ich nicht. Das hier ist ein sehr, sehr schönes Ziel. Ich freue mich darüber. Warum nehme ich hier keine Gewinne? Es ist ein Trugschluss, Leute. Und es ist mir früher sehr, sehr oft passiert, dass ich gedacht habe, sowohl in Krypto als auch an den Märkten, Ja, Mario, das ist doch ein wichtiger Widerstand und wir haben jetzt auch unsere Ziellinie erreicht und so. Ich nehme jetzt hier Profite, um dann günstiger wieder einzusteigen. Und soll ich euch was sagen? In sehr, sehr vielen, ich würde sagen in 80 Prozent aller Fälle, ist es nicht passiert, dass ich es geschafft habe, günstiger einzusteigen, als ich ausgestiegen bin. Das klingt total bescheuert, aber das ist wirklich so. Es ist meistens ein Trugschluss. Nicht zu vergessen, dass wenn wir jetzt hier mal, ich glaube auf dem 4-Stunden-Chart, hier kann man das auch sehr gut sehen, besser vielleicht auf dem 2-Stunden-Chart, okay, was ist das, was könnte das sein? Schulter, Kopf, Schulter. Das heißt, kommen wir hier mal über den Punkt hinaus, 2.300, wo hier ganz klar eine Nackenlinie verläuft. Dann haben wir von 2.3 nach 2.950, 350 Punkte, haben wir Upside-Potenzial. Also aufpassen, ich kann mir auch vorstellen, dass hier relativ viele Shorts liegen. Wenn die einmal liquidiert werden, dann gibt es nicht hier sowas. Nein, da gibt es nämlich einen Short-Squeeze und dann kann uns das auch mal ganz schnell zu dieser Ziellinie hier treffen. Also nehme ich hier Profite? Nein. Nein, aber ich bin hier unten eingestiegen bei 30.000, äh, bei 30.000, ja, 30.000 wäre geil. Bei 30.000 Ethereum würde ich auch Profite nehmen. Nein, bei 3040 ungefähr, mein Stop-Loss ziehe ich jetzt immer weiter nach. Wohin? Unter diese Linie. Das heißt, aktuell, wenn wir hier einen Straightenweg nach unten machen würden, und das ist hier sowas, würde ich jetzt gerade 1 zu Plus auf Plus, Minus, Null setzen. Ja, das klingt hart, weil ihr sagt, ja, aber Plus, Minus, Null, du bist ja jetzt schon hier bis zum aktuellen Punkt 7,3% im Plus. Ja, aber wie gesagt, immer, ich versuche, so schnell wie möglich aus meinen Minus-Trades rauszukommen und die Plus-Trades so lange wie möglich zu halten. Dafür brauche ich aber auch einen gewissen Spielraum nach unten, damit ich sehe, wie sich dieser ganze Trade entwickelt und wo uns die Reise hinführt. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Alles in allem sieht Ethereum gut aus. Kein Grund, keine Veranlassung für mich zur Sorge, dass wir jetzt hier nochmal durchfallen. Kann das passieren? Selbstverständlich, niemand kann in die Zukunft gucken. Aber danach sieht es nicht aus, sondern eher nach dieser Art Konsolidierung, sobald wir den Ausbruch haben, hier 3.350. Wenn wir hier mal drüber kommen, geht es meiner Meinung nach wahrscheinlich sehr, sehr schnell zur 3.550. Für mich alles hier. Kein Grund zur Sorge. Genauso wie bei Litecoin. Wer die Trades genommen hat, herzlichen Glückwunsch. Hier spätestens. Hier wäre jetzt schon gut im Plus. Wir halten hier auch diese Linie auf 2, sogar auf 8 Stunden Basis, das habe ich gesehen. Alles sieht gut aus. Sorgen? Nein, habe ich überhaupt nicht. Auch nicht, wenn wir hier runter kommen, denn diese Linie hier bei 177 ist auch relativ wichtig. Dann entwickeln wir uns einfach von hier weiter nach oben. Also auch hier sieht alles ganz gut aus. Sorgen? In Anführungsstrichen vielleicht erst, wenn ich durch diesen Knotenpunkt hier nach unten durchfalle mit einer 8 Stunden Kerze. Dann denke ich nicht über einen Short nach, aber dann würde ich aus meinen Trades rausgehen. XRP sieht gut aus. Ja, wir haben es nicht geschafft, hier auf 8 Stunden Basis diese diagonale Linie zu halten. Ist das schlimm? Nein, überhaupt nicht. Warum nicht? Liebe XRP-Freunde, ich tue euch jetzt einen riesen Gefallen und zwar diesen hier. So, warum? Ganz einfach. Das ist jetzt euer Last Exit. Das ist die, ja, Linie im Sand. Wird die verloren, geht es tiefer. Wir haben mehrere Auflagepunkte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das ist wohl mehr als genug, um eine Linie einzuzeichnen. Wir sind über meine Ausbruchslinie. Alles sieht sehr, sehr gut aus. Was wird als nächstes passieren? Hoffentlich ein bisschen Konsolidierung. Dann weiter hoch. Hier, lokales High sage ich einfach mal dazu. und dann weiter hoch. Verlassen wir hier diesen Knotenpunkt. Da schreiten beide Linien nach unten. Okay, ich bin sofort weg aus der ganzen Parade und dann wird es mir sehr wahrscheinlich gelingen, günstiger nochmal einzusteigen. Aber das hier sehe ich jetzt aktuell nicht. Konsolidierung ist gut. Ein bisschen auf höherem Niveau. Alles hier, den RSI ein bisschen runterkriegen. Ein bisschen, ja, den Chill-Mode an und dann wieder weiter hoch. Ja, zu Cardano brauchen wir wohl, glaube ich, auch nicht mehr so viel sagen. Wir sind, wir konsolidieren und haben All-Time-High. Alles ist okay. Ich habe euch gesagt, wenn wir hier die Linie brechen und dann über die Grüne hinauskommen, wird es mit Sicherheit nicht lange dauern bis zum All-Time-High. Nein, das hat nicht mal einen Tag gedauert. Also herzlichen Glückwunsch an alle Cardano-Halter. Ich weiß, 10 Euro ist eine Ansage, aber mittlerweile scheint mir das alles nicht mehr unrealistisch. Genauso wie bei XRP können wir hier jetzt mittlerweile eine, ja, Exit-Linie einzeichnen. Die verläuft ungefähr. Hier würde ich die nach unten hin verlassen und dann sage ich noch mal die Einstiegslinie brechen. Also hier Knotenpunkt wäre ich auch hier erstmal auf jeden Fall raus. Theoretisch für den der sagt, ey, ich möchte mein Stop-Loss noch ein bisschen weiter nach unten sitzen, kann ich hier noch eine Linie zeichnen, aber spätestens natürlich, wenn ich alle drei, diese alle drei Linien verlasse oder diesen Knotenpunkt hier nach unten und mit einem Tagesschluss unter der 2 Dollar lande, ja dann Adios Muchachos, ich komme zu einem günstigeren Kurs wieder, sieht aber auch hier alles nicht danach aus, Konsolidierung auch hier, genau wie bei XRP, alles ist gut und danach weiter hoch, selbst wenn wir hier runterkommen und dann diese Linie anschlagen, solange wir die nicht brechen, gibt es überhaupt gar keinen Grund zur Sorge. Sitzen, bleiben und genießen, VeChain ist rausgekommen mit einem schönen, großen W, wir halten auch diese diagonale aufsteigende Linie, solange wir hier drüber bleiben, ist es auch okay, als nächstes Ziel hier die 14,2 Cent Sorgen, Sorgen für mich eigentlich erst, wenn wir hier diese Linie der Hoffnung brechen, die verläuft hier unten, das ist ungefähr im Moment bei 11,3 Cent, wenn wir die nach unten hin brechen, dann werden wir auch relativ schnell die 9,3 Cent wiedersehen, das war's Leute, kurzes Update, ich freue mich auf mein Bett, ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Start in dieses Wochenende, genießt die Zeit mit der Familie, hoffentlich habt ihr tolles Wetter, lasst die Charts beiseite, es wird wahrscheinlich am Wochenende sowieso nicht viel passieren und von daher habt einfach einen tollen Tag. Tag.